hallo mein name ist christoph preuer ich bin auf meinem weg in die selbstständigkeit dazu bin ich jetzt zum zweiten mal am wochenende beim seminar beim ernst krammeri er hat mir gezeigt dass meine erfahrungen meine erfahrungsschätze sind und wenn auch du dein mindset ändern willst und von ernst krammeri erfahrungen profitieren willst kann ich dir nur raten komm vorbei wenn du interesse an mir hast check mein facebook profil aus und wenn nicht ist auch nicht schlimm